Servus zusammen. Im heutigen Video sind wir in L.A. bei einem ganz besonderen Herrn. Der eine oder andere kennt ihn eventuell von TikTok oder anderen Social Media Seiten. Und zwar sind wir im Reptile Zoo in Los Angeles. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Video. Mein Name ist Tobi. Seit vielen Jahren begeisterter Terriana, Aquaraner und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken. So wie aus meinen Erfahrungen Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.